moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video zeige ich euch den leichtesten weg wie ihr die anfangstür bei firebase z überspringen könnt und zwar leute braucht ihr hierfür euren äther schleier mindestens auf stufe drei und dann füllt ihr den erst mal auf wenn ihr euren äther schleier dann aufgefüllt habt leute dann begebt euch dort hin wo ich jetzt hingehen werde und zwar stellt ihr euch hier auf diesen stein und dann springt ihr einmal und aktiviert euren äther schleier so wenn ihr das dann richtig macht dann teleportiert ihr euch hier nach oben auf die terrasse und ihr könnt hier rüber springen und einmal hier hoch und dann könnt ihr auch ganz normal wieder rüber teleportieren leute so das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video